Musik Hat das wahrscheinlich wieder nicht gehört, weil er sich sofort wieder gemütet hat So, wir schauen mal, ob wir hier noch was finden Ein bisschen Eisen Und sonst nichts besonderes Lalalalalalalalalalalalalala Los, komm, ich brauche noch zwei Eisen Noch zwei Eisen Noch ein Eisen Jetzt leg doch mal hin hier Dann können wir das Dreifzige Oxid gleich weiter schmelzen Und ich mach mal diesen Pokémon Amboss Musik Ach so, und jetzt müssen wir uns den Hammer machen Den Aluminium Hammer Tada Ah Ähm Ich bin etwas verwirrt Kann man sich denn noch etwas Neues aus Aluminium, äh, aus Eisen graften Den Alte Turbo Trader Ok Ok Aluminium Hammer 5 8 Option Ja, ok 4 1 2 2 3 3 4 5 5 4 4 8 Warum sind da jetzt so viele Aluminium, achso, weil ich die gerade aus dem Ofen habe. Mehrmals klicken funktioniert auch nicht, ich gucke mal kurz nach, da bin ich wieder. So, Diamanten gab es ja trotzdem nicht. Aber hier war noch ein Eingang, irgendwo, Moment, da. Vielleicht habe ich hier ja mehr Glück. Ja, mein Glück ist unbeschreiblich. Glücklich, so viel Glück hat noch keiner vor mir gehabt. Es ist einfach unglaublich spannend, was wir hier tun. Es entzieht sich jeglicher Vorstellungskraft, was wir hier gerade tun. Und wie wenig wir hier gerade tun. Warum finde ich keine Diamanten? Ich suchte überall, in den Alpen, in den Anden. User joined your channel. Diamanten. Wer ist denn da hier gerade reingekommen? Was? Wieso hast du denn das Recht, in den Channel hier reinzukommen? Ich habe das Recht. Solltest du eigentlich gar nicht haben, weil das ein gesperrter Channel ist. Was? Ich habe euch gesucht. Ich sehe euch ja nicht im Sucht. Ja, wir nehmen nämlich gerade auf hier, deswegen. Ja, ich kann ja leise sein. Das wäre furchtbar nicht. Und ich habe endlich Diamanten gefunden, meine lieben Freunde. Man glaubt das gar nicht. Jetzt werden sie mir bei einer Glava gefallen. Komm, scheiß auf die Fackeln. So, oh, und gleich zu viele. Oh mein Gott, sehr schön. Ja? Was habe ich jetzt aufgehoben für die Fackeln? Steine, oh. Oh, die Edlen. Na gut. Wenn mir nochmal so ein Ding hier jetzt ins Gesicht schwappt, dann warft es aber auch hier. So. Dann tun wir mal eine Furniture hier aufsetzen und... Böööö. Es bleibt mir da jetzt auf. Es bleibt mir das Ding hier ab. Dann stelle ich da jetzt hier hinter. Das ist mir egal. Ähm, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erst mal... Oh, wie ging das? Ach, es ist aber schon mal Eisen brennen. Da haben wir nämlich kein Eisen. Und es wird uns zufeigen, dass wir keine Kohle gesammelt haben. Und wir brauchen nicht Kohle jetzt. Jetzt kommt wieder alles auf einmal. Super. Verzeih'n es mir, aber ich muss erst mal ganz kurz... Böööö. Gleich zwei Bossmonster gefunden, oder was? Gleich drei Bossmonster gefunden, ey. Alter. Ääääääu. Okay. Da haben wir noch ein bisschen läppisches Latz zu liegen. Nehmen wir gleich mit. Das Eisen lasse ich mal hier liegen. Das braucht jetzt eh keiner. Ich brauche eigentlich nur Kohle mal ein bisschen. Ich brauche Kohle, Kohle, Kohle. Da ist Kohle. Gut, dass man sich in den Höhlen drauf verlassen kann, weil man so drei Meter laufen muss, bis man Kohle gefunden hat. Und was essen müsste ich langsam mal wieder, sonst verhungere ich hier. Na gut, dann haben wir gleich ein Heilgerät. Dann können wir uns gleich nochmal einen Ohrfeinder basteln. Ohrfeinder ging... Ach, brauche ich ja auch Eisen, ey. Boah. So viel Eisen. Wir brauchen mehr Eisen. Was? Das hat sich jetzt nur falsch angehört. So. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Gold kann jeder gebrauchen. Gold regiert die Volt. Ja, wir kennen das nicht, das Sprichwort. Ne? Da hat es wieder genackt. Wunder ich mich aber, dass ich hier unten weder Pokemops noch Monster finde, weil hier ist ja gar nichts irgendwie. Und ich finde da immer noch in der falschen Höhle jedes Mal. Wo die unten spawnt nichts mehr, weil oben alles voll spawnt. Das kann natürlich auch sein. Ist mir auch eigentlich, wie gesagt, relativ egal. So, dann machst du mal fünf Eisen. Dann probieren wir das jetzt mal aus hier. Wie rum waren das? Diamanten in die Mitte und Eisen so außenrum? Oder war es so? Ah, ein Heilgerät. Super. Nehmen wir gleich mal... Stellen sie es auf. Stellen sie es auf. Und klacken da unser bisschen Samen rein. Ah, okay. Wir sind so lange festgefordert, solange das ist gut. Nein. Nein. Jetzt ist das Heilgerät. Man kann das nicht abbauen. Ja, wow. Das muss man natürlich vorher wissen. Ihr Flachzangen da draußen. Das muss mir doch einer erzählen. Das kann ich doch nicht riechen. Jetzt habe ich lieber genug Aluminium. Ich kriege allen zu viel. Jetzt reicht es. Jetzt, jetzt, jetzt. Sterben Menschen. Oder Steine. Mal gucken. Ähm. Dann muss ich hier mal ganz kurz... Nein. Dann stellen wir uns wieder hin und klopfen eine atemberaubende Geschwindigkeit des Aluminium zu Blech. Erster Schritt. Oh mein Gott. Zweiter Schritt. Und... Gleich haben wir es. Ich sehe es schon kommen. Dritter Schritt. Und das auch noch zweimal. Was für ein Leben. Schmiede haben es bestimmt mega spannend in dem Beruf. Bei denen geht es, glaube ich, auch ein bisschen schneller. Zumindest sieht es sich langweilig aus bei denen. Wir sind auf einer Sunflower-Planes. Ich wusste, dass ich Drogen nehme. Und noch eins. Dann haben wir es geschafft. Bis erstes. Also wir merken uns die Geräte nicht wieder abbauen. Wenn sie einmal so sind, dann sollten wir sie lassen. Wenn wir keinen Stress haben wollen. Oh so, wird schon fertig. Okay. So, der ganze Spaß nochmal. Also viermal in die Ecken legen. Dann legen wir an die Seiten viermal das. In die Mitte packen wir einen Diamanten. Jetzt reicht wirklich das Diamanten nicht mehr aus, wenn wir die Ohr verfeinden wollen. Ach ne, aber wir können damit jetzt auch Feinder. Wir können mit dem auch Feinder ja noch schnell Diamanten in uns holen. So. So. Ich zeige mal da mal hin. Ups. Zeigt er das denn an? Ne, zeigt er nicht an. Schade. Ob die Spitzeige noch reicht bis da unten? Ich hoffe es ja eh nicht. Aber ich glaube es nicht. Sie sei denn, die Erde geht nicht mehr runter. Ne? Nein! Sie ist wirklich so knapp da wohl kaputt gegangen. Ich glaube es nicht. Ah. Dann mache ich mir halt mal jetzt ganz schnell hier so eine Holzspitzhacke hier. Das muss ja jetzt nichts Besonderes sein. Einfach mal so ein... Ja ne, Holzspitzhacke. Auch intelligent. Weil man mit einer Holzspitzhacke auch Diamanten abbauen kann. Und ich bin so... Ich bin so retarded, ey. Ich bin echt so retarded. Das waren nicht mal Diamanten, wo ich mich hingegraben habe. Oh mein Gott. Fail of Doom nennt man es auch. Na gut, dann warten wir jetzt bis die Eisendinger hier fertig sind. Und, äh, ja. Und freuen uns unseres Lebens. Ich schaue mal dazu, was wir noch craften können. Wir brauchen noch sechs Bleche für einen Fusilmaschinen-Deckel. Noch fünf für den... Ah, ne, für den Sockel. Fünf für den Deckel. Sechste für den Reiniger. Oh, pff. Oh, was denn... Was denn bitte der grüne Tank? Fusilmaschine. Und... Ein orangener Tank. Auch für die Fusilmaschine. Ja, meine Fusilmaschine brauche ich eigentlich erst mal nicht. Das ist mir relativ egal, erst mal. Auch das ist mir egal. Detektor. Und ein, äh, PC. Da brauchen wir mal 6, 8, Redstone. Mhm. Tauschbildschirm. Jetzt brauchen wir alles nicht erst mal. Ja, das Wichtigste haben wir eigentlich. Den Regenerator. Und den Rest brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Ach, eins? Echt jetzt so? Eins? Na komm schon, Baby. Na, danke dir. So, da haben wir eine Eisenspitzeige wieder. So, super. Dann rupp ich das Ohrding mal weg. Dann rupp ich das Ding mal weg. Und irgendwo hier... Dann ruppen wir die Diamanten. Ach da. Ich hab mich jetzt voll dran vorbeigegraben. So. So. Können wir sogar gleich aufsammeln, das heißt wir müssen auch nicht darauf achten, dass das irgendwie Lader fallen könnte oder so ein Spaß. Super. Hä, ich frag mich, warum ich manchmal so switche, das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Mal gucken, bevor ich irgendwas abbau, nicht, dass ich direkt in die Lava reinspringe. Hab gehört, das macht sich nicht allzu gut. So, dann basteln wir uns mal eine neue Hacke, eine Diamantenspitzhacke, so, dann können wir das Eisengestühl mal hier reinwerfen, so, reinwerfen, reinwerfen, ähm, das ist schwarzweig. Eisenschwert haben wir ja gerade, so, wir haben den Ambus, jetzt proben wir mal schauen, was wir noch alles haben. Mit die Diamantincraft denn, wir könnten uns einen Windfloyret holen, das macht 10 Angriffsschaden, da brauchen wir aber noch Gold, einen Shinyduxtrion haben wir gefunden und ein Boss Magikaber, aber brauche ich beides gar nicht. Und ich wollte aber gucken, wie die Sonderbonbons funktionieren. Also, wir hätten alles mit Diamant machen können jetzt, ne. Werken Spielerzauber, natürlich kennen wir ja alles schon. Das ist ja, das ist ein Eisgym, vom Pixelmon Mod. Wir könnten den Detektor. Und Turbogridder, da brauchen wir noch zwei Federn. Was wollte ich gerade mit Diamant und mit Gold machen? Achso, ein, ähm, Windfloyret. Um uns ein bisschen besser, auch so. Ich könnte das hier richtig mal ganz kurz gucken. Wie meine Ahnung, da haben wir noch einen Baumann. Da kann man vielleicht doch gleich mal das, äh, ganz ruhig machen. Wir werden jetzt einfach die Mods benutzen auch. Ich werde mich jetzt ja nicht vorzieren, äh, diese Mods zu nehmen, weil wir haben sie installiert, wir nutzen sie jetzt auch. Wir haben immerhin eine ganze Menge Mods, die wir jetzt gleichzeitig noch hochstemmen müssen. Oh, das ist obsidian, was ist das? Und da kann man einfach mal, um für die ganzen Mods, die wir jetzt gleichzeitig noch hochstemmen, äh, das Zeug noch nutzen. Das ist eigentlich kein Problem. Jetzt glaube ich, dass wir da gegen drei, durch drei Tonnen Kies so krabbeln. Durch Kies krabbeln, verstehst du den Witz? Witzig. Oder auch nicht. Ähm, da haben wir auch schon mal Diamanten. Das muss obsidian sein, was könnte es sonst sein? Ne, das ist gar nicht. Das ist Badrock, Alter. Wir sind im Badrock und müssen uns jetzt irgendwie durch den Badrock zu den Diamanten vorkämpfen. Das wird lustig. Sieht übrigens nicht so aus, ob wir es schaffen würden. Da sind echt unter den Badrock Diamanten drunter. Das ist ja gemein, ey. Wie soll man da rankommen? Das ist fies. Lass mich raten, die sind auch vollkommen unter dem Badrock. Oder der Ei, das ist ja nur ein einzigster. Lass mal ne Pakete vor euch aufstellen, damit ihr was seht. Ich weiß ja, wenn ich nur noch wenig sehe, dann seht ihr gar nichts mehr. Deswegen... Lieber ne Fackel mehr. Ja, in die komme ich. Kann mir sogar holen, super. So. Aber an die komme ich nicht. Ähm... Kies kann hier bleiben. So. Dann gehen wir mal nach oben wieder. Ach, okay. Das hat jetzt nicht weiter gebrannt. Ähm... Ich brauche aber auch gar nicht so viel. Ich brauche aber auch gar nicht so viel. Ich setze aber schnell hier drüben das Ding hier auf. Mal schauen, ob ich noch irgendwas finde. Ich wundern, falls ihr das Geräusch gerade gehört habt. Das war mein... Äh... Das war ein Handyspiel von mir. Alter! Mal gucken, ob ich hier was finde. Halt mich nicht zum Namen. Hier kommen erstmal übel die Diamanten raus. Schon klar. Das ist so krass. Du läufst durch die Höhle und denkst dir, schade, dass keine Diamanten hier sind. Und in Wirklichkeit verbergen sich hier diese Tonnen an Diamanten in den Wänden, ne? Und du weißt es gar nicht. Du kannst es einfach gar nicht wissen. Und jetzt holen wir uns die Diamanten. Sehr schönes Gerät. Gefällt mir. Und da sind Diamanten. Und da sind Diamanten. Ja, warum denn nicht? So, hier nehmen wir auch alle mit. User left your channel. Uhhh, hat einer den Channel verlassen. Ich nehme an, steigern. Das war der opened. So. Oh, hier haben wir noch Diamanten. Nehmen wir auch alle mit. Ich hab das sind wieder welche, wo ich nicht so einfach rankomme. Obwohl, das sieht noch einfach aus. Ich höre die ganze Zeit schon Lava. Ich hab mir so Schiss, dass ich hier gleich in die Lava klatsche. Na gut. Das verlief einem noch einmal glimpflich. Noch irgendwo die aus. Ja, da hinten sind noch zwei. Wie viel hab ich denn? Zweiundzwanzig. Das reicht aus. Zweiundzwanzig reicht aus. Reicht, 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 reicht aus. Zweiundzwanzig reichen aus. Reichen aus. Reichen aus. Reichen aus. So, dann machen wir uns nämlich ganz kurz mal hier. Klack, klack, klack. Ah, nein. Uns fehlt, nein. Das kann nicht sein. Uns fehlt eins Maragd. Ich glaub's nicht. So. Dann stell ich noch mal ganz kurz das Ding hier auf. Aber nicht hier, sondern hier drüben. Und mach's Maragd an. Und da finden wir wirklich welche. Ist das Gold? Ist das Gold? Ist das Gold? Warum nicht? Ähm. Ja, ich schau mal. Das ist einfach Papier weg. Papier ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. So, da haben wir noch Maragd. Läppische Slatsen. Die finden wir dabei auch noch. Super. Es regnet. Blablabla. Es regnet. Blablabla. Blablabla. Ich finde. Blablabla. Es regnet. Ja. Niemand weiß Bescheid. Warte, hier hab ich mich durchgegraben. Hier war eine Block unter dem, wo ich mich durchgegraben hab. Ist das doch ein Witz.